Generell finde ich einfach Bücher, Geschichten wahnsinnig faszinierend, was man da alles drin finden kann, was da für Wissen drin ist, was die für Geschichten erzählen, nicht nur als Text, sondern auch an sich, was sie erlebt haben. Es sind ja sehr viele alte Bücher dabei, schon mit vergilbten Seiten, mit verschiedenen Bindetechniken, verschiedenen Einbänden, mit allem Möglichen. So.